Ja, Ahoi oder vielmehr Moin Moin. Ich bin wieder zu Hause, nachdem wir ein paar neue Trainer für das Master Trainer Team von der Life Fitness Academy gefunden haben in Stuttgart. Drei wundervolle Tage mit jetzt auch, ich glaube, fünf neuen Kollegen. Sehr interessant. Ein bisschen anstrengend natürlich, so viel Gas zu geben, so viele neue Leute um an herum zu haben. Aber toll, dass ich jetzt Unterstützung habe hier in Deutschland und wir richtig Gas geben können. Ansonsten geht es hier wieder um Smoothie. So, und heute mal das Ganze, nachdem ich Schelte kassiert habe, erstmal im Querformat und dann ein wenig Lob bekommen habe. Mach doch mal wieder ein Rezept, du hast zu lange nicht mehr und so. Hier ist jetzt, und das ist auch keine Zauberei, aber ich probiere es mal mit einer halben roten Beete. Chiasamen, Orange, Kiwi, Banane, das ist ein Klassiker. Und unten drunter habe ich eine Handvoll Mandeln schon klein gehackt. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal hier mit dieser Höllenmaschine, wer übrigens wissen will, was das ist, ein Robocoup Blixer. So heißt das Gerät, das macht alles klein und immer, wenn ich es anschalte, wird es kurz dunkel im Stadtteil und dann, naja, gucken wir, was bei rauskommt. So, das sollte genügen. Mal kurz hier drumherum. Zack. Die Farbe ist phänomenal. Das Messer sollte man auch ausnehmen. Hier drauf und schon. Probieren muss man es halt auch noch. Das ist lecker. Und ich glaube, guter Startet den Tag. Schönen Tag euch. Ciao.